Wir vom Team Sauber Bernmobil machen Zwischenreinigungen von Trams und Bussen der Stadt Bern. Bei uns können Sie in verschiedenen Bereichen arbeiten, zum Beispiel im Team Graffiti, in der Grundreinigung oder auf der Linie. Wir starten um 8 Uhr am Morgen und um 13 Uhr am Nachmittag mit Bernmobil. Bei uns können Sie viel über das Recycling und das Abfallmanagement lernen. Wir machen Reinigungsarbeiten von Bernmobil Wartehallen nach Sicherheits-, Hygiene- und Qualitätsrichtlinien. Wir bekommen Informationen von Mitarbeitenden, dass eine Haltestelle schmutzig ist. Jetzt gehen wir zu den Haltestellen und reinigen diese. Bei uns lernen Sie Spezialreinigungen wie das Entfernen von Graffiti und spezielle Reinigungsmittel kennen. Sie arbeiten gerne im Team, sind zuverlässig und haben es gerne sauber. Dann sind Sie bei uns richtig. Wir freuen uns auf Sie.